Lothar Mayer ist ein deutscher Wissenschaftler und Politiker. Er war von 1982 bis 2009 Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Seit Juli 2015 ist er einer der drei Sprecher des Landesverbandes Baden-Württemberg, der Alternative für Deutschland. Wissenschaftliche Karriere Lothar Mayer studierte von 1973 bis 1977 Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie in Tübingen und Madrid. Nach seiner Promotion im Jahre 1977 war er Assistent des Geschäftsführers der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Von 1979 bis 1982 war er Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Hamburg. Von 1982 bis zu seiner Emeritierung 2009 war er Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg für das Fach Verbraucherpolitik und Methoden der Verbraucherarbeit. Im Jahre 1990 wurde er in den Präsidialausschuss des Verbraucherrats des DIN berufen, dessen Vorsitzender 2002 er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Verbraucherrat im Juni 2011 war. Er war zudem Mitglied des Lenkungskreises Deutsche Normungsstrategie an der Entwicklung der Deutschen Normungsstrategie und im Beirat des NAH 173 Normenausschuss Grundlagen der Normungsarbeit. Außerdem war er in der Koordinierungsstelle Management System Normung im DIN von 2006 bis 2007 vertreten. Darüber hinaus hatte er weitere Ehrenämter inne. Mayer war auch auf europäischer und internationaler Ebene tätig. So war er bereits Anfang der 1990er Jahre als Präsident des CCC der EU-Kommission maßgeblich an der Gründung der ANEC, der Europäischen Verbrauchervertretung in der Normung, beteiligt, deren deutscher Vertreter er von 2002 bis Mitte 2011 war. Präsident der ANEC war er von 2007 bis 2011. Seit 2002 war Mayer Vorsitzender des Verbraucherrates Leiter der Deutschen Delegation bei COPOLC, dem Verbraucherpolitischen Komitee der ISO. Darüber hinaus war in mehr als einem Dutzend vor allem außereuropäischen Ländern an Entwicklungsprojekten beteiligt. Politik Von 1985 bis 2005 war er Mitglied der SPD. Er war Gründungsmitglied des Kreisverbandes Stuttgart der Alternative für Deutschland sowie dessen erster Vorsitzender. Er ist für die AfD Mitglied im Gemeinderat Stuttgart und dort Fraktionsvorsitzender der AfD. Am 25. Juli 2015 wurde er auf dem Landesparteitag der AfD in Pforzheim zusammen mit Jörg Meuthen und Bernd Grimmer zu einem der drei gleichberechtigten Sprecher der baden-württembergischen AfD gewählt. Schriften Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher e.V. Bonn 1984 Mit Matthias Beimel Optimierung von Gebrauchsanweisungen Wirtschaftsverlag N.W. Bremerhaven 1986 ISBN 3-88314-512-2 Verbraucherpolitik Friedrich Ebert Stiftung Abt Polit Bildung Bonn 1987